Rolf! Rolf! Scheiße! Wer ist die Markise? Scheiße! Monika! 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 Die Markise muss rein! Ups! Alter, witziger! Mach doch mal das Küchenfett auf! Mach doch mal das Küchenfett auf! Mach doch mal das Küchenfett auf! Ich glaube, jetzt gibt es wirklich keine Mücken mehr. Ja! 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 Ich jetzt zählt drauf, ein paar Haken mehr! Das bin ich noch nicht gewusst! Da ziehst du dich jetzt wieder einen Knoten! Ja! Wenn es wir jetzt so alles lassen, dann zieh ich euch noch um! Scheiße! Halt deinen Freihauen! Ist egal! Warte! Ich bin dabei! So! Natürlich! Lass mich raten! Du wirst es jetzt an meinem Fest machen! Um das Arschlecken! Ja, genau! Am Ende machst du es! Ich sehe es schon kommen! Ich habe schon noch die Nuss verloren hier! Das ist echt... Das muss ich jetzt echt verarschen! Ja! Halt mal gut fest! Ah, ruhest da drüben! Oh Mann. Fast. Das fühlt jetzt ein bisschen besser aus.